Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses und nachdem wir im letzten Video ja den Importbefehl bei FXML gelernt haben, werden wir heute mal ein Diagramm, ein Bar-Chart, wie ich es hier schon geschrieben habe, in FXML definieren. Dafür importieren wir es erstmal, Fragezeichen Import, JavaFX.Scene.Chart.BarChart. So, und dann erstellen wir hier das Bar-Chart, so, und man könnte denken, das war es, also probieren wir es aus. Und wir sehen, can't create instance of Bar-Chart with given set of properties. Keine. Woran liegt das? Naja, der Konstruktor von Bar-Chart, new Bar-Chart, der erwartet ja zwei Achsen. Eine X-Achse und eine Y-Achse. Und diese Achsen heißen auch so. X-Achse und Y-Achse. Und diese Parameter müssen wir hier übergeben. Das sind quasi die Konstruktor-Parameter. Also müssen wir hier als Eigenschaften mindestens X-Axis und Y-Axis haben. X-Axis und Y-Axis. So, wenn wir das jetzt so hätten, dann wäre das ziemlich gleichbedeutend mit set X-Axis 0 und set Y-Axis 0, also Null. Und damit ist dann nicht geholfen. So wirklich, weil dann haben die immer noch ungültige Werte. Also müssen wir hier wirklich Objekte von Number-Axis bzw. Category-Axis nehmen. Und ja, die X-Achse soll dabei halt eine Number-Axis sein. Die importiere ich mir einfach mal. Number-Axis so. Hier dann Number-Axis. Und hier dann Category-Axis so. Und Category-Axis auch noch importiert. So, und wenn ich das jetzt hier so ausführe, dann sehe ich hier tatsächlich auch unser schönes Diagramm mit eben diesen beiden Achsen. Gut, das war es dann wieder mit diesem Video und ein bisschen weiter zu FXML. Und bis zum nächsten Mal.